Als deine Kollegin und als freundlicher Mensch sage ich dir, Bruce, du musst ein paar Dinge auf die Reihe kriegen. Okay, dann wirst du vielleicht der Mensch, der du immer sein wolltest. Obwohl nur der liebe Gott weiß, was das sein soll. Ich war ein guter Polizist, Amanda. Ich war auch ein guter Mensch. Ja, hab ich gehört. Hast du eine Frau, Bruce? Ja. Hast du auch Kinder? Stacy. Ich glaube, sie haben mich verlassen. Meine Familie hat mich verlassen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie. Und ich kann mich nicht erinnern, wieso. Okay. Weißt du, mit mir stimmt was nicht? Irgendwas ist da ganz gewaltig schiefgegangen. Hast du jemanden, mit dem du reden kannst? Einen Arzt? Ja. Gut. Nein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nein. Ich hab alles im Griff. Hab mich im Griff. Ich hab mich im Griff. Ich hab diese Ermittlung am Griff. Vergiss das niemals, du Schlampe. Okay, Bruce. Hör zu. Hör mir zu, Bruce. Ich mache mir wirklich Sorgen um dich. Ich glaube, du bist im Moment nicht fit genug, um zu arbeiten. Geh einfach wieder darauf und lutsch irgendjemandem den Schwanz. Und hör auf, hier die Amateurpsychologin zu spielen, du verfickte Schlampe! Und hör auf, hier die Amateurpsychologin zu spielen.